Gründlich beraten, erfolgreich starten. Unter diesem Motto begleiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gründerservice jährlich 35.000 Neugründer, Betriebsnachfolger und Franchisenehmer beim Schritt in die Selbstständigkeit. Die Wirtschaftskammern bieten mit dem Gründerservice in über 90 Standorten österreichweit kompetente Beratung für den Start ins Unternehmertum. Kostenlos werden mehrstündige Workshops, individuelle Beratungsgespräche und zahlreiche Veranstaltungen in ganz Österreich angeboten. Egal ob Gewerberecht, Sozialversicherung oder Steuern, von der ersten Idee bis zur Geschäftseröffnung unterstützen unsere Experten bei der Unternehmensgründung. In den mehr als 200.000 Beratungskontakten jährlich gibt das Gründerservice wertvolle Tipps zum Businessplan, zur Finanzierung und zu möglichen Förderungen. Auch online finden Gründungsinteressierte alles, was sie für einen erfolgreichen Start brauchen. Mit speziellen E-Services wie der Mindestumsatzberechnung und der Businessplan-Software Plan4U Easy bietet das Gründerservice praktische Werkzeuge an, die beim Unternehmensaufbau helfen. Im One-Stop-Shop Gründerservice kann das Gewerbe auch unkompliziert elektronisch angemeldet werden. Neben der Unternehmensgründung stehen die Experten auch für Fragen zur Betriebsnachfolge und zum Thema Franchising zur Verfügung. Das Gründerservice ist erster Ansprechpartner für Menschen, die in Österreich ihr eigener Chef werden wollen und begleitet sie in allen Phasen der Unternehmensgründung. Gründlich beraten, erfolgreich starten.